Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bastel mal noch ein bisschen an der Catherine rum. Na, und der Global muss ich wieder rein. Hier. Hier. Ja. Wenn ich das halt after mache, oder bevor, wenn ich das mache, dann ist es gar nicht mehr da. Boah. Wie kann ich das denn machen, dass, wenn das after, bevor, also nachdem die Quest durch ist, bevor die Quest durch ist. Wenn die Quest aktiv ist. Wie kann ich das denn machen? Tag. Wenn... Nach der Quest. Aber das Problem ist, nach der Quest ist vor der Quest. Ja, das Problem ist, nach der Quest ist vor der Quest. Ich weiß nicht, wie ich das begeben kann. Ähm... Ähm... Okay. Dann ist hier tagsüber halt immer zu warm. Man muss immer... Moment, ich könnte das trotzdem noch machen, dass, wenn die Quest aktiv ist, dass das, was sie dann halt sagt. Hallo, wo ist mein Schneeball? Hast du schon einen Schneeball gefunden? Das können wir noch machen. Hallo, Tag. Äh... Dialogtext. Ich kann das jetzt nicht machen, weil es nicht aktiv ist. Okay, äh... Das könnte ich mal eben hinmachen. Nee, Platz ist... Ja, hier ist Platz. Okay, gut. Ich weiß nämlich nicht, was das macht und was das kann überhaupt. Und keine Ahnung. Wir gehen mal in irgendeine Richtung. Einfach mal los. Aber es wird wahrscheinlich bald wieder Nacht werden. Dass jetzt die größte Entscheidung war, gerade jetzt loszugehen. Das weiß ich nicht. So. Mal kurz auf die Map gucken. In die Richtung bin ich halt schon gewandert. Vielleicht sollte ich in die Richtung tatsächlich mal gehen. Mal in diese Richtung. Wir wandern mal in diese Richtung. Vielleicht ist ja irgendwann mal was dabei, das mir gefällt. Vorne ist schon mal so eine Kante, was schon mal eigentlich ganz cool aussieht. Aber noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und es ist auch noch viel zu nahe hier irgendwie. Das Problem ist, ich kenne Cobra. Und Cobra bei so einem Modpack... Ja. Gut. Ich habe einen Vorteil. Es ist kein IC2, glaube ich, dabei. oder? Nein, es ist kein IC2 drauf. Das ist sehr gut. Dann weiß ich nicht, wie weit das übertreiben wird. Vielleicht bin ja dann ich sogar schlimmer als er. Das weiß ich nicht. Moment, ich sollte mal immer so gucken. Immer so Sachen ein bisschen mitnehmen. So unterwegs, oder? Was ist denn hier los? Oh. Geht's nach unten. Dunk. Das sieht so ein bisschen nach Dschungel aus. Vielleicht gibt's da irgendwie Coca-Beans, die wir brauchen für unser Snickers. Das ist ja auch noch so eine Mission, die ich habe. Ich will ein Snickers bauen. Ich will ein Snickers bauen. Hm. Schade, man kann da drauf nicht stehen. Nur auf diesen Lillipads. Oh, hier ist es dunkel. Oder wird's allgemein dunkel? Ich glaube, es wird einfach allgemein dunkel. Defty game. Tschüss. Das ist ja nur noch Farbe bestimmt. Oh je, ich werde hier so sterben. Oh je, ich werde hier so sterben. Ich hätte ein Bett mitnehmen sollen. Bamboo. Was kann man damit machen? Ja. Tanzen. Ja, okay. Nehmen wir mal mit. Ich habe hier so ein bisschen Angst. Muss ich gestehen. Vor allem, weil ich halt nicht besonders weit sehen kann. Kann ich da hochklettern irgendwie? Nö. Nö. Boah, er schreckt mich. Er schreckt mich. Er schreckt mich. Mach doch. Lobsterglas. Bis. Farbe. Oh. Will er uns er pflegen? Nehm ich mal mit. Und du bist wieder Bambus. Und du bist wieder Bambus. Machst du so Bambus. Machst du so Bambu? Aspe Bambu. Ist anders. das? Ja. Machst du das? Ja. das? Ja. 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 und hier ist noch scharf ich freie dich zwei noch eine wolle jetzt können wir uns ein bett bauen ja genau da wollte ich ihn hinstellen ich versuche einfach mal mein Glück ja 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 das hat euch gar nichts getan so diese komischen Bäume die hier rumlaufen diese Ends ja ein Gummibaum ja ja ich hätte gerne einen zweiten Sapling damit ich den hier wieder hinsetzen kann einfach nur damit er hier natürlich wieder nach wächst und vielleicht einen dritten Sapling um einen auf der server zu haben das sei mir nicht gegönnt ok das sei mir nicht gegönnt dann setzen wir einen hin und hoffen einfach dass der eine nicht verloren geht ah doch hier hier ist doch einer so einer auf der server sehr gut Eis und Öl oder so sieht sehr nach Öl aus 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 Der Hut. Das sieht schon fast so aus, wie ich das haben möchte. Das ist schon fast so, wie ich mir das vorstelle. Hmm. Aber es könnte auch schöner sein, oder? Wir können uns das hier mal auf der Karte merken. Äh. So. Da gibt's Gold. Gold, oder? Ja. Ja. Gold Gravel. Und Eisen. Eigentlich muss ich das mitnehmen. Mal mit meinem Quest-Item schnabulieren. Ah, cool. Dann habe ich ja sogar keinen Platz. Moment. Wieso kann ich das nicht abbauen? Ich kann das nicht abbauen. Okay. Dann kann ich das nicht abbauen. Aber wahrscheinlich brauche ich da... Ah. Eisen kann ich bestimmt abbauen. Nö. Ja. Keine Ahnung. Brauche ich irgendwie besondere Tools dafür. Bist du eigentlich? Ja. Ja. Und Mega-Pack. Okay. Da vorne ist ein Trommel. Dschungel. Das sieht zumindest stark danach aus. Vielleicht bekommen wir hier... Unsere... Ah, verdammt. Den Jump nicht geschafft. Unsere Coca-Beans. Es sieht nur so ein bisschen aus wie Dschungel. Es ist, glaube ich, mehr Sumpf als Dschungel. Schade. Ja. Ich mache aber an der Stelle mal kurz Pause im Video. Ich muss mal kurz weg. Ist korrekt. Mal kurz auf Pause. So. Ich bin wieder da. Katze ist versorgt. Ja. Okay. Dann geht es weiter. Oh. Vielleicht in die Richtung. Da sieht es mehr nach Land aus. Ähm. Ich könnte allerdings auch einfach ein Boot bauen. Vielleicht. Vielleicht wäre ich dann sogar... schneller unterwegs. Kommt drauf an wie... Wie viel Wasser jetzt hier kommt. Weil es sieht aus, als ob es nicht so sehr viel Wasser wäre. Das heißt, ich baue mal kein Boot. Oh cool. Die haben wir jetzt sogar Wurzeln. Das ist eine Mod. Ich glaube schon. Okay. Was ist das für ein Baum? Der Baum sieht cool aus. Ah, da gibt es da vorne weitere. Ähm. Ich gehe weiter in die Richtung würde ich sagen. Oh. Oh. Cobra joined the game. Hallo Cobra. Bist du im TeamSpeak? Fragezeichen. Mal gucken. Vielleicht bist du gejoint während ich weg war. Nö. Nicht im TeamSpeak. Pfff. Oh. Wir sehen cool aus. Aber viel zu groß. Ich könnte ihn mal fragen, ob er den Server mal eben neu starten möchte. Ich glaube, ihr fehle eigentlich anderen empfehlen kann. vielleicht nicht einfach nur so ein arm weg macht ob das würde gehen oder so ein sohn abend kann der baum lassen das war es geht und es gibt dann hoffentlich da weiter aufgehören haben ich mache kurz pause bis das ja wieder da ist gleich so weiter geht es so ist wieder da und es ist toll muss doch mal schauen wenn ich hier mich schlafen lege das ja auch so ist mit dem schlafen es ist reicht wenn einer schläft recht nicht ja super danke Moment, ah, hier, das hier. Das machen wir so. Passt. Danke. So, weiter geht's. Das hier müsst ihr von alleine despawnen. Genau, sieht gut aus. Okay, ich habe hier Setzlinge, falls der vier braucht zum Anpflanzen, dann habe ich vier. Sehr gut. Okay. Ein Loch. Dann Megapack. Oh, was ist das für eine Riesenschlucht da unten? Oh, hier geht die Schlucht wahrscheinlich weiter. Oh. Aua. Und hat mich direkt vergiftet, das Scheißviech. Das ist ja nicht schön. Lass mich doch in Ruhe. Ja. Danke für das Gespräch. Okay. Ja, wie soll ich denn da jetzt wieder hinkommen? Jetzt müssen wir erstmal schauen. Hat das funktioniert? Ja. Jetzt kommt man da unten auch raus. Sehr gut. Wo war denn mein letzter Tod? Irgendwo da hinten, ne? Nö. Da. In die Richtung. Oh Gott. Ich hatte doch da... Ich war doch da im Bett. Wieso? Weil ich das Bett abgebaut habe, ne? Weil, wenn ich das Bett abbaue, resetet es den Spawn, oder? Ja, das kann sein. Okay. Also, merk, Krokodile sind furchtbar. Da ist schon wieder eins. Da auch. Vielleicht mache ich mir einfach eine eigene Welt auch, wo ich drin bleibe. Hm. Aber ob das... Hm, die Frage ist halt, wenn ich mir eine eigene Welt mache und da drin bleibe. Und jemand in der anderen Welt zerstört mein Buch. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Und ich gehe dann irgendwann mal mit einem Linking Book zurück in diese Welt. Also in die Oberwelt. Und... Oh. Und... Und... Dann... Kann ich ja nie wieder zurück, weil man... Also zu meiner Base, weil mein Buch hier in der... In der Oberwelt kaputt ist, ne? Das heißt, ich müsste immer vorsichtshalber nochmal einen Linking Book mitnehmen zu meiner Welt. Immer wenn ich in die Welt gehe. In die Oberwelt. Also immer wenn ich zur Cobra gehe oder so, müsste ich immer vorsichtshalber noch einen Linking Book mitnehmen, dass ich auf jeden Fall wieder zurück kann. Hm. Wäre aber eine Option eigentlich, wenn man so eine richtig geile Welt macht, die hier richtig cool aussieht. Es ist halt die Frage, ob die dann halt stabil auch ist. Weil ich habe irgendwie was gelesen auch, dass das nicht so cool sein soll manchmal. Ähm. Dass die manchmal eben ziemlich... Ja. Probleme machen. Oh Gott. Immer noch einen Kilometer weg. Wie weit bin ich denn schon gelaufen? Schade, dass ich da nicht nebendran einfach spawne. Kann man das in der Compique irgendwie einstellen, dass man nur ein paar Meter weiter weg spawnt, wenn man gekillt wurde? Das wäre nämlich wesentlich praktischer als irgendwo im Arsch der Welt. Was? 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 Oh, der steht ja in der Luft. Hm. Da gibt's auch nichts zu essen. Was? 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 aber das essen in real life werde fertig verdammt ja ich muss da kurz hin muss das zeug holen es hilft ja nicht wahrscheinlich sterbe ich jetzt an hunger erleide ich jetzt den hungertod auf den weg zum essen was ich da hinten verloren habe schön ja es ist soweit ich bin ja langsam jetzt okay ich sterbe jetzt den hungertod oder einen flammentod denn wer was ist denn das hier das teintet gebiet oder ist das einfach nur nieder weiß nicht ich bin viel zu weit weg das schaffe ich nicht bevor ich tot bin na gut dann machen wir das noch mal versuchen wir das was gegessen haben nochmal. Ja, es ist halt echt. Guck mal, wie lahm ich jetzt bin. Ah, kann man hier vielleicht... Was? Ja, wir haben Erdbeeren, ist das cool. Ich habe Erdbeeren gefunden. Ich habe Erdbeeren gefunden. Hast du? Ach, eine Engelina-Pflanze wahrscheinlich. Ah, cool. Wir schlauen. Ah, geil. Danke, Erdbeeren. Ihr habt mir das Leben gerettet. Super. Gucken wir gerne mal noch ein paar mit. Oh. Oh. und geht es vielleicht doch dann komme ich vielleicht doch nehm ich mit müssen wir mal schauen was man dafür dann da lassen meine kasse scheit schon wieder was ist denn schon wieder los ein von einem Meter ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und es wird schon wieder dunkel Und kein Bett dabei Ah, sehr gut Sehr gut Oh, was haben wir denn hier? Was wir da haben, das sehen wir in der nächsten Folge Bis dahin, macht's gut Ciao Ciao